Über den Monat steht man, dass man von dem Anfang des Monats auf soll man verringern in Freude. Eigentlich bis wann gelten diese Gesetze zu verringern in Freude? Den Puskim schreiben, dass es den ganzen Monat auf geht, bis Rosh Chodesh Elul. Aber sicher, dass nach dem 9. 10. auf, fängt an schon mehr Freude als den Tagen vorher. Deshalb schreiben den Puskim, dass es erlaubt zu heiraten ab dem 10. auf. Interessant gibt manche was haben in dem Inhang, dass sie heiraten nur nach dem Schabbat, was sie nach Tisch ab und ab. Und manche heiraten nicht in diesem Tag inzwischen, auch nicht in dem Tag inzwischen 10. und 15. auf. Auch interessant, es wird gebracht, dass wenn jemand plant umziehen zu einer neuen Wohnung, besser soll er umziehen nur nach dem 15. auf. Und sogar vielleicht, manche schreiben sogar besser, nur am Ende von dem Monat auf, in dem Monat Elul. Dannijke instructions. Dann Untertitelung des ZDF, 2020